Es wird nicht jedem gefallen, also es ist ja auch nicht schlimm, wenn es dir nicht gefällt, weißt du? Alles gut. Habe ich meine Maske noch auf? Wie sehe ich mich von vorne? Ähm. Ich soll dich ganz offensichtlich killen. Ich glaube, die ist jetzt abgerufen. Ich kann das sein. Ich glaube, ich bin am Poppest. Ich bin da, ich bin tot. Wie kann ich mich von hinten sehen? Ich renne hier in die Kirche rein, vielleicht bin ich da sicher. Okay, das hat nicht so gut geklappt, imagine. Äh. Ich weiß nicht, ob ich das Game weiterspielen muss, ich weiß nicht genau. Willst du Minecraft zocken, hab einen eigenen Server? Aber, ne, das nicht unbedingt, ich hatte auch einen Server, aber hatte gerade, hatte ich gerade, hatte keiner gar nicht zu spielen. Äh, weiß ich nicht, hatte ich, hatte ich gerade schon. Meinerweiler. Hätte ich dir nicht so los, wenn ich ehrlich bin. Aber, äh, heute 20 Uhr zocken wir Minecraft im Livestream. Also ungefähr 20 Uhr, da kannst du gerne dabei sein, wenn du willst. Auf Komme dann. Ich glaube, ich muss den, 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 glaube ich, actually killen, ne? Das war echt eine dumme Idee, den zu killen. Kannst du auch gerne dabei sein, Kugis Keks? Aber, Kugis Keks, das war ein offensichtlicher Witz, war das, Kugis Keks, das war ein offensichtlicher Witz. Ich weiß auch nicht, warum, warum, warum dir jetzt eine Kampagne von GTA Asien willst, wirklich, die ist schon total alt, die kennt schon jeder. Warum musst du jetzt gegen die Camp, Digga, ich werde doch schon so sterben. Okay, gut, ich bin down. Hä, was macht ihr denn? Ich muss eigentlich schon lange, lange tot sein. Ich verstehe gar nicht, irgendwie. Nein, 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 ins Haus rein, ins Haus rein. Ich glaube, die kann mich anfangs noch nicht killen. Ich glaube, wir müssen die jetzt erst killen, ich glaube, ich kann die noch nicht killen. Aber bitte spiel mal richtig, Alter. Ich spiel mal richtig, richtig heftig. Du spielst, äh, jeden Scheiß, selbst wenn Monopoly das Spiel kostet eine Serie, würdest du, äh, das Insta-Stream... Ne, Monopoly finde ich irgendwie nicht so, äh, weil du jede Kack recycelst, aber GTA willst du nicht spielen. Du, äh, Klapplöschlich. Ich spiel das, worauf ich Lust hab. Guck mal, das ist eine einfache Sache, ne? Wenn ich auf etwas Bock hab, dann spielst du. Wenn ich auf etwas keinen Lust hab, dann spielst du nicht. Ist gut, Doc, mit? Ich hoffe nicht. Wo ist du? Nee, ich glaub, die kann es doch nicht killen, oder? Also eigentlich bin ich ja schon lange tot. Ah, doch, kann sie. Naja. Bei Minecraft, nee, nee. Ich muss dir vorstellen, bei Minecraft, da muss ich ja alles, also da verwende ich ja alles für den YouTube-Kanal, weißt du, und da ist Mario Party. Das kann man schlecht für den Schnitt, den ich hab, verwenden. Jump League, okay, können wir mal eine Runde machen. Aber Mario Party, ich muss grad sagen, ich fühl das Game nicht so, wie ich dachte. Warum habe ich denn dafür so viel Geld ausgegeben? Yalla. Future Imagine ist gerade nicht so, wenn ich ehrlich bin. Hm. Keine Ahnung, weiß ich nicht.